Kennst du das? Du willst einen neuen Song komponieren? Setz dich an deine DAW und doch schon nach kurzer Zeit drehst du dich im Kreis. Die Inspiration fehlt, du weisst nicht, wie du weiter vorgehen musst und überhaupt klingt immer alles gleich. Dabei willst du doch nur einen zeitlosen Track schreiben. Dass der Track nicht aus einem Gusto herkommt und einfach nur langweilig klingt, liegt meist an ein paar Kompositionsfehlern. Fünf dieser Fehler schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Studio. Mein Name ist Tom Wettstein und heute schauen wir uns fünf Fehler an, die du bei deinen Kompositionen vermeiden solltest. Wenn du Auftragskompositionen für Künstler, Werbung oder Filme machst, ja, dann muss es schnell gehen und es muss zielgerichtet sein. Du hast keine Zeit für Experimente. Wenn du für dich selbst komponierst oder produzierst, dann ist es etwas anderes. Doch auch in diesem Fall möchtest du auf einen grünen 2 kommen und nicht einfach einen halbfertigen Track auf der Festplatte verstauben lassen, oder? Gut, schauen wir uns den ersten Fehler an. Viele beginnen zu komponieren, zu produzieren, ohne einen klaren Plan zu haben. Das heisst, lauf nicht einfach los und schau mal, wohin du kommst. Visualisiere zuerst das Gesamtbild. Was ist der Ziel des Songs? Was möchtest du mit ihm erreichen? Bei den besten Tracks, die ich komponiert habe, hatte ich von Anfang an ein ganz klares Bild. Ich wusste schon zu Beginn, was das Endziel sein sollte. Vergleiche es mit einem Buch. Es gibt keinen guten Schriftsteller, der nicht schon zu Beginn genau wusste, wie die grobe Story aussieht und wie sie endet. Oder denkst du, J.R. Rowling hat sich einfach vor ein leeres Blatt Papier gesetzt und angefangen zu schreiben? Sicher nicht. Sie hatte die Harry Potter Story schon im Vorfeld ganz klar vor Augen. Beginne zuerst, das Grosse zu modellieren und arbeite dich danach in die Details vor. Komponiere zuerst die grobe Story und flechte nach und nach die kleinen Nebengeschichten ein, damit der Song abwechslungsreich wird. Aber das Grundgerüst, die Struktur, die muss zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden sein. Vor allem weiche nicht von deinem Plan ab, sonst entsteht ein ungenießbarer Brei aus nicht zusammenpassenden Zutaten. Fehler Nummer zwei. Viele definieren nicht, welche Emotionen der Track ansprechen soll, welche Aussage er hat. Welches ist der Grundtenor? Und diesen Grundtenor des Tracks, den musst du bestimmen. Definiere, welche Emotionen der Verse oder der Refrain ansprechen soll. Zum Beispiel, du sagst, ich möchte einen traurigen Song mit einer positiven Energie. Dann kannst du zum Beispiel das so machen, dass du sagst, im Verse soll er moll sein, also traurig, und im Refrain geht er auf Dur. Da kannst du auf die parallele Dur-Turnart gehen oder einfach auch modulieren. Du kannst sagen, gut, der Refrain soll hell und breit sein und der Verse dunkel und intim. Und so kannst du die Emotionen viel besser ansprechen. Nummer drei. Viele achten nicht auf das Zusammenspiel zwischen Text und Akkorden. Denn die müssen entweder ganz klar zusammenpassen oder einen harten Kontrast bilden. Ein Paradebeispiel für mich ist der Song des Affinados von Carlos Antonio Jobim, sei es in der englischen Version oder auch auf Portugiesisch. Jeder einzelne Satz, jedes einzelne Wort wird mit dem richtigen Akkord unterstützt. Und so entsteht ein total farbiger Song, der dich wirklich im Herz berührt. Ein Gegenbeispiel ist zum Beispiel Count the Days von Prince. Das ist ein super süsser Song mit echt harten Lyrics. Und dieser Kontrast macht diesen Song so speziell. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass Lyrics 50% der Verwertung ausmachen bei G-Mans Visa. Was ich jedoch traurig finde, ist einfach so ein Zweizeiler, ooh, baby, baby, um das als Lyrics zu verkaufen. Bei solchen Tracks ist auch die Musik meist kein grosser Wurf. Solche Songs werden selten Evergreens. Nur, wenn sie sonst etwas ganz Einzigartiges besitzen. Nummer vier. Viele definieren auch nicht, wo der Höhepunkt sein soll. Führe den Zuhörer auf den Höhepunkt hin. Gehe auf die Reise mit ihm. Baue den Song auf und leite den Zuhörer zu der Stelle, bei der der Song seinen Höhepunkt aufweist. Ganz klassisch sind zum Beispiel Broadway-Songs. Beim Broadway-Song ist der Höhepunkt immer die höchste Note. Dort ist es auch am dichtesten und am lautesten. Und meist ist das bei zwei Dritteln der Songs so. Und bei diesen Broadway-Songs wird der Zuhörer wirklich mitgenommen auf eine Reise bis zum Peak des Songs. Und nachher flacht es wieder ab. Was du ebenfalls brauchst, damit dein Song aus der Masse heraussticht, ist eine Wiedererkennung, eine Einzigartigkeit. Zum Beispiel eine typische Rhythmik wie bei Mission Impossible. Dieser Fünfviertel, der ist reserviert für Mission Impossible. Den kannst du fast nicht mehr anwenden in einem anderen Track. Genauso geht es beispielsweise mit der Kadenz von James Bond, dieser wandernden Sext. Das ist so ein typisches James-Bond-Klischee. Wenn du einen Song komponierst mit dieser wandernden Sext, dann klingt es nach James Bonds. Was auch einzigartig wirken kann, ist eine typische Instrumentation. Oder ein Sound, zum Beispiel Maserloo von Pulp Fiction. Oder Gimme, 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 A Man After Midnight von ABBA. Diese Sinti-Sounds, das ist reserviert. Diesen Sound, den kennst du. Den darfst du auch nicht samplen. Die einzige Person, die jemals ein ABBA-Sample benutzen durfte, war Madonna. Und sie hat wirklich sehr, sehr viel dafür bezahlt. Was auch immer wieder gut funktioniert, ist ein wirklich guter Hook. Ein Hook, das ist ein Haken. So wie du einen Fisch an Land siehst, genauso sollte der Song deine Zuhörer an dich ziehen. Zum Beispiel der Hook von Seven Nation Army. Der wird in jedem Stadion gesungen. Wenn du den einmal gehört hast, dann weisst du, das ist dieser Hook. Oder Billie Jean von Michael Jackson. Diese Fuchs auf der Pirsch-Basslinie. Das ist so ein klarer Hook. Und wenn du diese Basslinie hörst, dann weisst du gleich, ah, das ist Billie Jean. Im Allgemeinen, dein Song wird nicht besser, wenn du mehr Effekte und Gadgets einbaust. Du kannst ihm kein Leben einhauchen, indem du noch mehr verspielte Schnörkel einfügst. Überproduziere deinen Song nicht. Klar, es gibt Songs, die sind überproduziert, die finde ich absolut geil. Aber wenn du den Song nicht einfach mit Gesang und Gitarre spielen kannst, dann wird es kein Hit. Zum Beispiel der Song Overprotected von Britney Spears ist super überproduziert. Ab dem gibt es eine Band, die heisst Itwana. Die hat ein Cover gemacht und da merkst du, ah, das ist wirklich ein Song. Oder Ed Sheeran. Jeder Song von Ed Sheeran kannst du mit der Gitarre spielen. Und sogar gute EDM-Songs besitzen einen klaren Hook und eine eingängige Melodie, die du mit deinem Instrument ganz einfach begleiten kannst. Also, das Fazit. Du benötigst einen Plan und ein ganz klares Bild von deinem Song. Du kannst dann viel gezielter arbeiten und kommst viel schneller zum Ziel. Möchtest du noch tiefer in die Musikproduktion eintauchen und erfahren, wie du zeitlose Tracks komponierst, produzierst, mischst und masterst? Hey, dann bewirb dich für ein unverbindliches Beratungsgespräch mit mir oder mit einem meiner Coaches. Klicke einfach auf den Link unter dem Video und suche dir ein Datum und eine Uhrzeit aus. Trage deinen Namen und deine Telefonnummer ein und beantworte kurz die Fragen, damit wir uns auf unser Gespräch vorbereiten können. Ich werde dich an deinem gewünschten Termin anrufen und wir werden gemeinsam schauen, welche nächsten Schritte du gehen musst, damit du deine Produktionen aufs nächste Level bringst. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Ich freue mich auf unser Gespräch und lass es gerufen. Bis zum nächsten Mal.